Servus, hier ist die Melita. Ein Blick auf meine alte Schule. Große Fenster, große Türen, ein großes Haus, das auch in München stehen könnte, wo ich lange gelebt habe. Und nun hat mich der Weg wieder zurück in meine alte Heimat geführt. Und deswegen ein Besuch heute zufällig in meine alte Schule, die nun eine Musikschule ist. Und etwas ganz Besonderes habe ich wieder entdeckt. Schau mal. Der Eingang und dieses schöne Motiv. Engel. Hat mir als Kind oft, oder als Schülerin oft, Trost gespendet. Erinnerst du dich auch an deine Schule, an den Park, an den Garten, an die Gespräche? Ja, schöne Zeit. Servus, deine Melita. Schöne Erinnerungen.